Hey Leute! Ich wollte nur ganz kurz ein Video machen, warum ich aktuell nicht wirklich Videos hochlade. Zum einen hört ihr es vielleicht schon an meiner Stimme, dass ich krank bin und das ist voll das Pro Handy Video, I know. Ja, ich bin krank und deswegen kommt im Moment nur Final Fantasy XIII, das ist schon vorgerinnert und fertig. Und der andere Grund, warum ich nicht aufnehmen kann liegt hier vor uns. Ich habe mir jetzt zwei Monate nach dem Tod von Tega noch einen Kitten geholt, weil meine anderen halt, ja, denen fehlt halt was. Weil es ist halt, wenn plötzlich was gestorben ist, kann man auch ganz viel im Internet zu finden. Das Katzen dann halt unterleiden und ich merke das halt vor allem auch bei Lufus und ja, mir hat halt auch was gefehlt. Und ich wollte schon immer eine Mankun. Ich habe mir jetzt eine Mankun dazu geholt. Ähm, das Problem ist aber, er ist noch ein ganz kleiner, auch wenn er schon recht groß ist. Ähm, Mankun sind halt so groß. Er ist aber erst, ich glaube, zweieinhalb Monate und auch noch ganz, ganz dünn. Also das ist alles, ihr seht das vielleicht. Oh mein Gott, Flauschefell. Ähm, er hat noch keinen richtigen Namen, ne Süßer? Ich überlege noch, wie ich ihn nenne. Ich habe gedacht, vielleicht Tate oder Jace oder Noel oder Taylor. Ich wollte erst ein Auge nehmen, aber meine Mutter hat ungemeckert. Es hört sich an wie Alvin und die Schildmanns. Kein Geschmack, ich sag's euch. Ja, und er ist halt noch ganz klein und wenn er nicht gerade schläft, mautet er ganz doll, ne? Und guckt sich um und ja, er braucht mich halt noch ein bisschen, ne? Und halt auch, weil die anderen sich noch nicht ganz gewöhnt haben, Lea ist jetzt die, die halt am zutraulichsten tatsächlich ist. Die halt langsam hingeht und schnüffelt, aber sie fauchen halt alle noch sehr viel und ja, müssen sich erst mal beschnuppern. Das ist aber ganz normal am Anfang und ja, deswegen werde ich mich erst mal auskurieren und so eine Woche. Schauen, dass der Kleine sich eingewöhnt und mit den anderen zurecht kommt. Und ja, wollte ich euch halt nur sagen, dann kommt auch wieder Danganronpa 2. Ich weiß, es wird immer noch so oft gefragt. Ich kann ja nichts dafür, wenn das Spiel verschollen war und ich die letzten Wochen nicht aufnehmen konnte, weil es halt einfach weg war. Jetzt habe ich es aber, wie gesagt, mit einem netten Abonnenten bekommen und ich kann dann bald auch wieder aufnehmen, wenn es mir halt besser geht. Ich habe halt gerade nur noch Final Fantasy vorgerendert und aufgenommen. Deswegen... Ich kann ja nicht durch, geht im Moment nicht näher, ne? Komm her. Machen wir mal ein bisschen Camera-Action. Aber er hat erst gespielt und er hat auch erst gefuttert. Deswegen bin ich ja eigentlich froh, dass er jetzt mal schlafen möchte, ne? Dass ich mir nämlich gleich mal was zu essen machen kann, weil ich komme halt im Moment echt zu gar nichts mit ihm. Da ist das Video einfach abgebrochen. Ich glaube, mein Speicherplatz ist voll, ja. Ich habe ihn halt erst seit vorgestern Abend und ich wollte euch, wie gesagt, nur sagen, warum im Moment nichts groß kommt, weil es mir nicht so gut geht und ich mit ihm echt sehr, sehr viel zu tun habe. Nur damit ihr Bescheid wisst und, ähm, ja. Sagt mir doch mal, was ihr von den Namen haltet oder habt ihr Vorschläge habt und... Mein Kuhn sind awesome, ne? Ich hoffe, du kommst mit den anderen Beils zurecht, mein kleiner Mann. Ne? Also vor allem Leia ist interessiert. Das freut mich. Okay, Leute. Also, bis demnächst dann. Äh, ja. Flauselfell! No!